Hier geht es um Deutsch oder Anti-Deutsch. Und hier steht Deutsch und natürlich Anti-Deutsch. Für die Ente war das ein Sieg. Eindeutig. Wir werden nicht rasten und nicht ruhen. Man hatte Hinweise auf Waffen, man hatte Hinweise auf Sprengstoff. Und wir wissen, dass aus Hass auch Mord werden kann. Europa-Judes-Defonation! Jeder Form von Diskriminierung muss Einhalt geboten werden, unter anderem eben auch Antisemitismus. Über rechte Begriffe werden Ideologien transportiert. Absolut und unverlassbar! Wir geben keine Ideen, der Deutschen Mord her! Untertitelung des ZDF für funk, 2017